Noch mal Freistoß, Panda und dann Stoppelkamp, Klärungsversuch, einfach weggedroschen, oder? Ist das mehr? Ja, das ist ein Tor! Ausgerechnet Moritz Stoppelkamp, der Ex-Hannoveraner. Unter der Woche war er noch mit seinem Vereinskollegen aus Hannover Schlaudraff-Essen und jetzt legt er ihnen so ein Ei ins Nest. Das ist ja unglaublich. Wir haben nachgemessen. Das ist Bundesliga-Rekord 83 Meter. Es ist auch an der Seitenlinie ein ganz spezielles Erlebnis für den Chef, der selbst so viel gibt und heute so viel zurückbekommt. Haltloser Jubel über ein wohl absichtliches Hammer-Tor.